ARD Text im Auftrag von Funk Lass mich da rein finden hier Ach zu Kacke Dann wollen wir gucken Wo ist er? Ah Decker Mode Activated Freelancer Omicron 1-8 This is Planet Kyushu Docking ring exit successful Good journey This is Kusari police Haki 10-10 in Planet Kyushu Am nächsten Einsatzwegpunkt halten Sie feindliche Schiff auf Dort finden Sie weitere Anweisungen Wofür bin ich überhaupt gekommen? Ah Aha Genau von hier bin ich gekommen Ich wollte doch da an der Seite andocken Das ist erstmal was anderes jetzt hier Als jetzt Mass Effect Ich bin der Meinung halt Es muss halt auch mal ein bisschen Abwechslung rein Und Das tun wir jetzt einfach mal ne? Außerdem ist das extrem schwierig aus irgendwie so einem 6 Stunden Stream oder sowas Youtube Youtube Notwind Also Youtube Kompatibles Format zu bringen Ok Was gibt es hier zu kaufen? Kann man hier irgendwo Plus machen? Ne Auch nicht Waste 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 Oh hier wird schon wieder geschossen Hier ist überall Krieg Ey Everything's go for launch Good journey Am nächsten Einsatzwegpunkt halten Sie feindliche Schiffe auf Dort finden Sie weitere Anweisungen Es ist ja blöd Jetzt fliege ich gegen die Blood Dragons Die sind ja noch neutral zu mir Warum sollte ich die angreifen? Es ist zu spät Hätte ich mir vorher überlegen sollen Ah Blöde Freelancer Fehler Da fliegt ein Asteroid hoch glaube ich Oder ist das ein Schiff? Ne Mal gucken ob ich es jetzt noch drauf habe hier Nico hast du denn das Spiel Hearthstone? Sensor Efficiency Sensor Efficiency Sensor Efficiency When I'm done with you There won't be anything left to ID Gegnerische Schiffe in Reichweite Wir markieren Sie zur besseren Identifizierung Boah You below da Uh das fand ich Boah Also ich habe jetzt aber auch ein kleines OP Shipping Ne also Ah die reloaden aber ganz schön heftig hier Also mit reloaden meine ich halt äh reparieren sie wieder Oder laden ihr Schild auf Das heißt ich muss Ah Ich kriege meine Unterstützung Oh Um schneller Bevor er reloaden kann Oh das gibt es doch nicht Der Bereich scheint sauber zu sein Gute Arbeit Einsatzkommission Ende und Aus Ah die sammeln auch ein Das sind NPCs Tracker Failure Das ist ja geil Die Looten auch ein Wow! So, Mission accomplished. Mission accomplished. Ich flieg ja voll in die falsche Richtung jetzt gerade. Das müssen wir ganz schnell korrigieren. Geht auch. Das ist alles ganz schön gut verstrickt hier. Für diese Zeit dauert auf jeden Fall. In welche Richtung? Kacke. Zu lange. Ist das jetzt die richtige Richtung? Äh, ne, Leute. Hier war ich doch schon vorhin, ne? Was macht der hier für eine Kacke mit mir? Okay. Ich will auf jeden Fall mal dort in diesen Nebel rein. Es war genau von... ...wie ausgehend. Go to. Vielleicht habe ich ja das Glück und hier ist eine Blood Dragon Basis. Dann drehen wir einfach mal den Spieß um. Noch könnte ich gegebenenfalls dort andocken. Sensor Efficiency reduce. Ach, ich glaub das war ein Flug ins Leere. Aber die Sensoren sind ja hier auch gestört. Du brauchst hier schon ein bisschen genauere Koordinaten. Aber da ist ein Aber irgendwas ist da hinten Das war auch ein Dragon gewesen Also hier ist irgendwo was Ich bin mir sicher Da hinten ist auf jeden Fall schon mal ein Entsprung noch Wenn das führt Werden wir gleich mal sehen Wenn ich dort reinkomme Ein bisschen klappen wir jetzt erstmal zu Ist das ein Sprung noch? Ja Das habe ich erst hier entdecken können Wie soll ich denn da Ich habe das nicht angefasst Was ist das Ding? Aha Kann ich die eigentlich auch Ich einfach fragen Wo die hinwollen Aber da ist auf jeden Fall ein Kampf Das ist GC Gold 17 Ich bin von der Tau 23 System Das ist Dragons Black 7 Wir sind aus dem New Tokyo System Anomalyse detekted Anomalyse detekted Dock Dock Access granted Ich habe das Ding Ich bin von der Tau 23 System Ich glaube die Tau 23 System Ich bin von der Tau 24 System Ich bin von der Tau 24 System Wir gucken wo wir hinkommen Okayido stand da dran Okayido stand da dran Mit denen darf ich mich nicht verscherzen Sondern da ist eine Station Und die ist bestimmt nicht eingezeichnet Oder? Wo ist die Station jetzt hin? Das ist alles ganz schön neblig hier. Ich bin ja mal gespannt! Jawoll! Volltreffer. Röden Chrysanthemen. Das ist immer sehr schön. Was habe ich hier für Waffen bekommen? Klasse 6 Waffe? Klasse 5 Waffe. Klasse 6, Klasse 6, Klasse 6, Klasse 6. Alles Klasse 6. Das macht ein bisschen mehr Schaden hier. Dann tausche ich mal eine aus. Ahhhh... Slashpoint. Mountain. Was gibt's hier noch für schöne Waffen auf der Station? Schießen ist so langsam, ich brauche schnell Feuerknarren. Aber 54.000, die macht sogar richtig ordentlich Schaden ey. Überlegung ist es auf jeden Fall mal wert, aber... Nein! Ach, Evo! Protect your shield. Oh, der ist sogar besser als der, den ich habe. Oh, da gibt's... Scheiße ey! Ich dachte, meiner ist der Beste! Ich dachte, meiner ist der Beste! W-w-wieso kann ich mir das Ding jetzt hier nicht hinpacken? Ah, nein! Aber ich konnte's doch kaufen! Ein Frachter-Schild würde ich mir nur draufpacken. Ich werde bescheuert. Heavy Fight der Gravitations... Ahhhh... Das nennt man so ein Fail, ne? Und ich muss... Oh, ey, das ist euer fucking Ernst ey! Jetzt hab ich kein Schild, weil ich den aus Versehen verkauft habe? Gib mir mein Schild wieder! Alter... Das ist jetzt richtig doof gelaufen! Oh, mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Und die wollen 1,2 Millionen von mir haben! Oh mein Gott! Oh, scheiß drauf! Haben sie nicht gemacht? Ich hab scheinbar nicht genügend Credits! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Aaaaaahhhhhh! Waffen kann ich kaufen? Freelancer Omicron 1-8 this is i-nu! You are cleared for competition! Good flying! Jetzt habe ich kein Schild hier. Wenn jetzt was passiert, bin ich ganz schnell tot. Also hier ist jetzt wirklich richtig erforschen angesagt. Hier ist die Karte. Das sind zwei Punkte, die ich jetzt erforscht habe. Das ist das Sprung, wo ich durchgekommen bin und die Station, wo ich angedockt habe. Und es ist extrem neblig hier, dass ich noch nicht mal sehen könnte. Und ich habe kein Schild. Ja, die Reise kann schneller zu Ende sein, als ich mir lieb sein kann hier. Oh nein. Das ist noch radioaktiv hier. Aber hier ist auf jeden Fall irgendwas da drinne. Da muss ich rein. Mal gucken, ob ich das überlebe. Der rote Balken ist meine Hülle und der blaue... Da ist ein... geil. Da ist ein Loch. So, jetzt kann das nicht mehr passieren. Jetzt habe ich ein Auto-Korrekturer hier mit eingepackt. So, gucku, jump hole. ... Off-Flight? Off-Flight? Oh, wie weit bin ich denn noch entfernt? Noch kann ich das gar nicht auswählen. Ich habe einen richtig geilen Schild drauf gehabt, extrem teuer. Wo bin ich jetzt? All right, you're gonna get one chance. Drop it. What? Drop cargo. Alter, der hat mich gerade... Getext hat er mich. Kyoto Base. Das ist doch... Das ist die Dragons Basis, oder? 3-5 Ich bin sowas von Piraten umgeben hier gerade. Oder nicht nur Piraten, es sind Terroristen sind das. Your request to dock is granted. Proceed to dock 1. This is Kyoto. You are cleared for launch. Good luck out there. All right. Keep it icy. Keep it icy. Ich bin schwul⑫ igu